Kümmert sich Gott eigentlich noch um uns oder hat er sich zurückgezogen und lässt uns mit unserem Elend allein, weder fähig noch willens, uns bei unseren Sorgen zu helfen? Diese Frage hast du vielleicht auch manchmal, wenn du dir den Zustand dieser Welt anschaust. Die Frage ist übrigens uralt, 2700 Jahre mindestens, denn da gibt es die erste Antwort durch den Propheten Jesaja. Der sagt, Gott hat uns nicht vergessen. Zeichen dafür ist allerdings etwas verstörendes. Zeichen dafür ist eine Frau, die bekommt ein Kind ohne Sex, ohne in vitro Befruchtung, ohne dass irgendetwas biologisch passiert. Und dieses seltsame Kind bekommt den noch seltsameren Namen. Gott ist mit uns, Immanuel. Der ist das Zeichen, dass Gott uns nicht vergessen hat. Hallo, so was soll ich glauben im 21. Jahrhundert? Ein Kind ohne Sex? Ja bitte, denn dieses Jesuskind ist kein Mensch, sondern Gott. Und es ist gleichzeitig nicht nur Gott, sondern auch ein Mensch. Beides unvermischt und ungetrennt. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Zu groß für unseren Verstand. Aber dieses Jesuskind ist Immanuel. Ist der Beweis, dass Gott uns nicht im Stich gelassen hat, dass er bei uns ist. Gott ist im Alltag bei uns, bei den vielen kleinen Dingen, die wir jeden Tag tun. Er ist bei uns, wenn wir Sorgen haben. Er ist bei uns, auch wenn wir das gar nicht spüren. Im Nachtgebet heute bete ich für all die, die sich immer wieder diese Frage stellen und unsicher sind. Ist Gott eigentlich noch bei mir? Dass Weihnachten für ihn zur Antwort wird. 22 Uhr auf DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar.